Für Ingles Sub-Tidy, BUSCH der Sub-Tidy-BATZEN Hallo zu einer neuen ReptilTV Folge Mein hübsches Intro-Tierchen ist eine Regenbogen-Boa Und jetzt kommt der Gag dabei, also für alle Liebhaber der Farbmorphenzucht Das ist eine aneretristische rote Regenbogen-Boa Also ihr kennt ja rote und braune Regenbogen-Boa Die roten sind eigentlich beliebter, weil sie so schön rot sind, weil sie so ein richtig schönes Rot haben Und von diesen roten gibt es aneretristische, die keine roten Pigmente bilden Das ist sowas in dem Fall, und übrig bleibt dann eine braune Regenbogen-Boa Also es ist ja ein Widerspruch an sich, man mag ja die rote Regenbogen-Boa so, weil sie rot ist Aber durch das aneretristische wird das Rot rausgezüchtet Zeigt ein bisschen wie dämlich wir Morphenzüchter eigentlich sind Aber trotz alledem macht man es Ein bisschen als Entschuldigung, wie gesagt, es gibt ja auch die braune Regenbogen-Boa Wer die braunen Regenbogen-Boas kennt, weiß, dass die als Baby wirklich hübsch sind Aber als adulte Tiere die Zeichnung fast völlig verlieren Und diese roten Regenbogen-Boas, ihr seht es hier, die hat eine ganz intensive Zeichnung Sei es die Seitenflanken, sei es das schöne Rückenband Und trotzdem, dass die rote Farbe hier fehlt, hat die eine wunderschöne Zeichnung Also von dem her ist es doch nicht ganz so hirnrissig, wie es sich im ersten Moment anhört Dass man das Rot rauszüchtet bei den aneretristischen Sondern es bleibt trotzdem eine wunderhübsche Schlange mit einer richtig schönen Zeichnung übrig Themenmäßig bleiben wir bei der Farbmorphenzucht Das Thema heute sind die Bananas bzw. Coral Glow Also gleich mal vorneweg, Banana Coral Glow ist das gleiche, es sind einfach zwei Namen Für ein und dieselbe Morph Also nenn es wie ihr wollt, nenn es Banana, nenn es Coral Glow Ich mache es immer so wie das Urtier oder wenn ich jetzt mit einem Bananamännchen züchte Also das ich als Banana bekommen habe, wie auch immer, dann nenne ich alle Babys auch Banana Aber eigentlich ist es Quatsch, man soll es eigentlich vereinheitlichen Nichtsdestotrotz, das ist unser Thema heute Und bei diesen Bananas gibt es eine ganz skurrile Sache Es gibt nämlich Male Maker und Female Maker Also so verrückt wie sich das anhört Und ich muss sagen, am Anfang vor 10, 15 Jahren, als die ersten rauskamen Habe ich das gar nicht geglaubt, da dachte ich, das ist alles Zufall Oder das ist Geschäftsphilosophie, dass am Anfang nur Männchen verkauft wurden Ist bestimmt nur ein Trick oder sowas, dachte ich Aber es ist wirklich tatsächlich so Also wie man sich das biologisch erklären kann, keine Ahnung Also wenn einer von euch biologisch wirklich so bewandert ist, dass er da eine Erklärung dafür hat Dann sagt es mir bitte, das würde mich echt brennend interessieren, wie es in der Biologie sowas gibt Dass die Farbe, so ein äußeres Merkmal mit der Vererbung des Geschlechts verbunden sein kann Wie dieser Gendefekt, wie der zusammen Allel sein kann Also das ist wirklich verrückt, aber es ist tatsächlich so Es gibt Male Maker, also Male im Sinne von Männchen, Männchenmacher Das heißt, wenn ihr ein Bananamännchen habt, das ein Male Maker ist Sämtliche Babys, die ihr bekommt, sind ebenfalls Männchen Also ihr habt ein Gelege mit 8 Eiern, sage ich jetzt mal Und da schlüpft die Hälfte Bananer raus und diese Hälfte sind alles Männchen Und die andere Hälfte, z.B. wildfarbene Tiere, Verpaarung Bananer mit Classic Kommt die Hälfte Bananer Übrigens, weil es co-dominant ist, kommt die Hälfte Bananer All die Bananer sind Männchen Und die andere Hälfte vom Gelege, in dem Fall mit der Classic Farbe, mit der Wildfarbe Sind alles Weibchen, völlig verrückt, aber das ist so Und das Ganze geht weiter, diese Männchen, die da rausgekommen sind, sind ebenfalls Male Maker Weil das Elterntier, das Männchen ebenfalls ein Male Maker war, sind auch die männlichen Nachkommen Male Maker Dann haben wir hier ein By the way, das ist Banana Piebald Ihr seht es an den weißen Flecken Und witzigerweise, speziell bei den Piebalds Bananern Bei den Piebalds Bananern verändert sich die Farbe wahnsinnig, umso größer sie werden Hier sieht man das, was eigentlich orange war, wird so... Welche Farbe ist das? Grau? Grau? Braun? Kann ich gar nicht sagen Weiß bleibt natürlich weiß, die typischen schwarzen Sprenkel behalten sie Das ist nur nebenbei interessant, wie die Bananas sich zum Teil entwickeln oder verändern in der Färbung Also wir haben hier ebenfalls einen Banana, in dem Fall Piebald Bananer Aber das Piebald spielt gar keine Rolle Wir haben ein Weibchen und Weibchen sind weder noch... Also ein Weibchen macht Männchen und Weibchen von den Nachzuchten Also wenn ich ein Weibchen habe und ein Gelege habe, dann ist ein Teil Männchen ein Teil Weibchen Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch den mit Wildfarben verpaaren würde, wären die übrigen Wildfarben ebenfalls Männchen und Weibchen querbeet Da gibt es keine Regel bei den weiblichen Bananas, da gibt es keine Regel, da kommt alles raus Der nächste Schritt allerdings, diese Männchen, die ich aus dem Banana Weibchen raus habe Diese Männchen sind jetzt Female Maker, mit diesen Männchen kann ich Weibchen züchten Also alle Babys, die ich raus bekomme von einem weiblichen Bananatier, sind Female Maker Ganz interessant, die sind auch relativ beliebt Klar, jeder will Female Maker, weil generell Weibchen in der Königspython-Zucht interessant oder begehrter sind Deswegen will jeder solche Female Maker Bananas Die Weibchen, die rauskommen von einem weiblichen Tier, sind das gleiche wie das Muttertier Sie sind weder noch, also von einem weiblichen Banana bekomme ich immer beides raus, Männchen wie Weibchen Es gibt keine Regel dafür Also merkt euch, weibliches Muttertiere, männliche Banana Babys sind Female Maker Jetzt kommt die Situation, wo ich Banana mit Banana verpaare Also ihr merkt, ich versuche euch hier immer verschiedene Bananamorphen noch nebenher zu zeigen Das hier ist Ultramel Banana, auch was richtig hübsches, Ultramel Banana Haben da übrigens so ganz dunkelrote Augen Das in meiner rechten Hand ist Banana Cinnamon Circle Dreifach-Kombo, finde ich auch recht hübsch Aber wieso ich euch die beiden Bananas zeige, verpaare ich Banana mit Banana Kommen natürlich Co-Dominant mit Co-Dominant Kommt ein Viertel wildfarbene Tiere raus Zwei Viertel Bananas und ein Viertel Superbanana Zu den Superbananern kommen wir nachher Aber die zwei Viertel Bananas die ich rauskriege Sollen mit leichtem Fragezeichen noch versehen Ebenfalls Female Maker sein Also männlicher Banana mit weiblicher Banana Obwohl das Männchen ein Male Maker ist Sollen wohl die Bananas die rauskommen Female Maker sein Da würde ich mal noch ein kleines Fragezeichen dahinter machen Oder der Film wird noch die nächsten paar Jahre auf YouTube sein Also wenn ihr den jetzt hier vier, fünf Jahre später seht und sagt Stimmt ja alles gar nicht, das war das Fragezeichen Hoffen wir, dass es vielleicht doch stimmt Dann werden alle Nachkommen Banana mit Banana Female Maker Dann habe ich hier den Fall eines, oder hier habe ich ein Superbanana Das hier ist ein Superbanana Das ist wieder ein ganz spezieller Fall Superbanana ist ja zweifach Co-Dominant oder Superform Das heißt alle Nachkommen sind ja Bananas Wenn ich den mit einem wildfarbenen Tier verpaare Habe ich trotzdem alle Babys Banana Geschlechtermäßig bzw. farbmäßig ist es gemischt Ich bekomme mit einem Superbanana, egal ob Männchen oder Weibchen Da bekomme ich lauter Bananas Und die sind mehr oder weniger 50-50 Männchen und Weibchen Also ein Superbanana ist auch nicht fixiert auf ein Geschlecht Sondern er produziert Männchen wie Weibchen, er oder sie Der weitere Gag dann Diese Männchen vom Superbanana sind anscheinend wieder Male Maker Habe ich Nachkommen von einem Superbanana und habe Männchen, habe ich wieder Male Maker Männchen Habe ich Weibchen, die sind natürlich wieder beides Da muss man nicht aufpassen, aber bei den Männchen muss ich aufpassen Elterntier Superbanana, Male Maker Männchen Nachzuchten Hier nochmal ein schönes Bananabschlussbild Noch aus dem Grund, ich will nochmal kurz auf die schwarzen Punkte eingehen Also die Bananas kriegen im Lauf des Wachstums die meisten solche schwarzen Punkte Also die meisten Morphen bekommen solche schwarzen Punkte Also die Single Morph Banane kriegt auf jeden Fall schwarze Punkte Die meisten Kombos bekommen auch schwarze Punkte Es gibt paar Morphen wie jetzt hier Ultramel Banane Da kann ich die schwarzen Punkte mit rauszüchten Der Ultramel eliminiert natürlich die schwarzen Punkte Oder Butter Banane kriegt meines Wissens, wenn sie groß wären, auch keine schwarzen Punkte So gibt es verschiedene Sachen, wie man es rauszüchten kann Das einfach noch als kleiner Nachklatsch zu den Bananas Weil die Punkte doch irgendwie immer Diskussionsthema sind Wollte ich das noch hier hinzufügen Dann noch was für die Afrika-Fans unter euch Ich gehe jetzt im April, bin ich wieder in Afrika, Ghana, Togo, Benin vielleicht Ich weiß nicht, aus älteren Folgen kennt ihr vielleicht diese African Beats Das sind ja so Keramikperlen, die sind 200-400 Jahre alt, je nachdem welche man hat Ich bin immer Fan von diesen Beats Ich habe es schon in älteren Folgen euch mal gezeigt, wo ich die gekauft habe in Afrika Wer von euch will, bzw. nicht ganz so einfach, aber ich würde 5 von euch ein schönes Kettchen mitbringen Wenn ihr wollt Postet bitte unten in den Kommentaren, wieso ich ausgerechnet euch so ein Kettchen mitbringen kann Lasst euch was tolles einfallen Wieso ihr unbedingt so ein Kettchen wollt oder so ein Kettchen verdient habt Oder was ihr alles machen würdet, damit ihr so ein schönes Kettchen bekommt Oder was auch immer Bezirzt mich, bestecht mich, macht was immer ihr wollt Dann seid ihr mit dabei Wenn ihr so ein African Beats, also die gibt es zig verschiedene Farben, gibt es noch viel bunter usw. Ich werde mal vielleicht ein paar Fotos posten, dass ihr seht wie die aussehen Bringe ich euch dann mit Wenn euch ReptilTV gefällt oder wenn euch ReptilTV hilft, freue ich mich, das ist meine Intention Deswegen mache ich diese kostenlose Filme Ich freue mich natürlich auch wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt Zum einen wenn ihr Terraristikprodukte braucht, freue ich mich wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen wenn ein neuer Film kommt Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video wenn ihr noch mehr von ReptilTV sehen wollt Und dann bekommen wir euch noch ein paar Seiten Und dann geht es nochmal rein Und dann geht es halt Vielen Dank.